Hey, ich bin PartyCakes. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, Back. Back. Mit einer Back sind wir Back. Ja, mit einer Backpack. Backpack, Rucksack, da. Oh Gott. Ähm, ich lass die... Oh, robuste Hose freigeschaltet. Da braucht man nämlich nix. Oh, nice. Wandererhose, na gut. Ja, machen wir die Heugabel. Jetzt werden wir erstmal alles fertig forschen. Ja. Räuchergestell können wir aber schon mal platzieren. Ja. Geht das hier irgendwo hier in die Nähe, wo das Feuer schon ist hin? Ja. Da kann man das Feuer nämlich abreißen. Hab ich gelesen. Hat er gesagt? Ging nicht. Ja, warte. Wenn nicht, dann machen wir es einfach hier, ins Dorfzentrum. Ja, oder so. Ja, nice. Was brauchen wir dafür? Holz, Eisen, Roche... Ah, nee, Stein, Seile... Was? Eisen? Brauchen wir echt Eisen? Nee. Seile und Roche, Stein. Zehn Holz, fünf Steine, drei Seile und einen Zinnbarren. Das meiste davon habe ich schon im Inventar. Warte mal. Wir brauchen richtige Seile, keine einfachen. Ja, ja. Ein Seil fehlt. Hab ich nicht. Und zehn Holz. Ich kümmere mich ums Holz. Ich gucke mal am Seil, was das gemacht wird. Er macht gerade tatsächlich auch gerade eins. Ah, ja. Boah, das heißt, jetzt müssten sich drei Stämme ausgehen. Mit der Tasche. Ja, ein Stamm in den... Ja. Ein Stamm geht in die Tasche rein. Das will ich im echten Leben mal sehen. Wenn du den Stamm um die Hüfte hängst. Mhm. Da sagen die... Da sagt das Hüftgelenk mit Sicherheit. Danke. Was du das machst. Achso, Holzbau, ja. Okay, dann muss ich in den Holzhacker gehen. Ja, ich glaube, die... Ja, da geht es genau ein Stamm aus. Scheiße. Aber neun Plätze macht schon viel aus. Ja. 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 Wir sollten noch mal auf Banditenjagd gehen. Aber mit unseren Leuten zusammen. Das ist ja wieder so schnell umkippen. Ja, aber das... ...hilft dann doch trotzdem ein bisschen, weil wir brauchen echt, äh, Ruhm. Ja. Alter, der Fisch aber schnell fällig. Da geht tatsächlich ein bisschen mehr drauf. Das heißt... Das Abreißen ist gerade leer. So. Also, die... Die Hake macht sie noch. Ich glaube, ich hole mal Zinn. Haben wir keins mehr? Ich... Ich... Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Weil Zinn Bahren brauchen, ne? 11 haben wir noch 11 Bahren, aber die brennen gerade nix. Dann mache ich das jetzt. Flachs ist hoffentlich ist dann auch bald fertig. Hä? Fügt Holz und so? Boah, das geht nur 1 Cent. Ach du Kacke. So. Achso, hier unten habe ich auch noch welche drin. Die brauche ich natürlich nicht. Du jätest brav, oder was? Ja, die Dame hilft mir. Bin froh, wenn der Flachs hier weg ist. Der hat auch ewig... Hat der Wachs halt. So, noch einen zweiten davon. Ja, ein Zinn da noch. Und dann... Können wir zumindestens einmal die Gabel da erforschen. Und wir brauchen noch massig Holz eigentlich für die Zäune, ne? Das holen sie sich eh selber, da muss ich jetzt nicht warten. Brunnen können wir im Wald bauen. Und Dorfbrunnen. Okay, wo war da er? So. Nehme... 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 Dann hacken wir mal. Egal, jetzt hätte er ich. Yeah. So. Ja, hau irgendwas in die Forschung, was wir noch machen können, ohne Riemen halt. Mache ich gleich. Ja, hau irgendwas. So. da bist du wissen was die dorfhalle kostet zum erforschen erzähl mir mehr 15 riemen das ist scheiße das ist richtig scheiße und vorher kannst du den werkzeugdings nicht bauen ja dann müssen wir auf die jagd gehen was ich bisher blöd finde dass du auf der map jeden zaun angezeigt bekommst ja so wie auch schon gesehen das stört mir ein bisschen aber was willst machen ich kriegen sie ja nochmals und index oder sowohl das ein und ausschalten kannst sammelst du für die forschung weil sie bauen brav die zäune ich muss noch ein machen so hast du ein bettler ah ja fertig 34 holz ich glaube eine fuge werde ich mal noch holen was machen eigentlich unsere fallen ich glaube die werden automatisch bestückt ich habe die ja eigentlich repariert gehabt letztens bist du sicher weil hast du irgendwann mal fleisch gesehen oder so in unserer truhe gute frage nächste frage tierische überreste ne auf jeden fall sind wieder köder drin gut und zack ein traum so und dennoch nein warum ist mein inventar dass der das zeug immer da unten rein macht in die tasche das ist nervig so und auf geht's 1 2 3 oh salbeisamen schön oh komposthaufen du brauchst grad die zäune oder mhm die sind schon mühsam zum bauen ja aber die braun sind für plus 3 holz glücklicherweise so das hier und drei baumstämme muss ja doch nochmal welche holen so so uh arbeit äh wo 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 stand jetzt ah hier komposthaufen wäre vielleicht nicht dahin ok ich kann da schöner zweignisse hast du einen platzierten komposthaufen ja ja sag das doch brauche ich nicht mehr hast riemen auch lehne wir haben kein leben Na, Riemen. Saatenbeutel. Okay, den können wir noch machen. Also ja, genau. Drei Baumstämme. Das sollten wir hinkriegen. Ja, wir haben nix der Läme. Keine Läme, kein Läme. Weiß der, wo er ist. Na, Flachse an. Oder so. Schon ist der Läme egal. So, aber... Mein Gott. Geht doch. Aufkommen. Ach so. So, wir sagen, der Bauernhof rentiert sich schon. Echt? Mhm. Bei jeder Pflanze ist mindestens ein bis zwei Samen dabei und immer fünf Flachs. Sag mal, hast du eigentlich mal geguckt, ob wir verkaufen können? Wir können bestimmt irgendwo Zeug verkaufen. Müsstet ihr nicht den Händler finden? Weil die kaufen nicht alle immer nur alles. Alles. Ein Zinnbahn brauchen wir tatsächlich. Warum liegt hier Zeug rum? Oh. Auf dem Feld. Ach so, Inventar war voll wahrscheinlich. Ich helfe dir mal. Okay, das rentiert sich wirklich. Aber ich habe gerade acht Flachs gehabt aus einer Pflanze, also, ja. Soll ich mit Dünger dann noch mehr? Ja, eben. Auch wenn er echt lang braucht, der Flachs. Gut, dafür haben wir dann jetzt über 60 im Inventar, also. Ja, muss ich sagen. Kannst du eigentlich... Jetzt sind wir schon bei 90. Ne. Also, ja, das rentiert sich schon, weil... Trägst du an, die wir mit drin sind. Okay. Ja, 108. Oh, ne, noch mehr. Oh, das Lager ist voll. Ja. Lager Nummer zwei, hm? Kann man aber sortieren zwischen Werkzeug und Ressourcen. Ja, du kannst es ja tatsächlich sogar einstellen, ne? Was reingelagert wird. Das sollte man ja natürlich machen. Saatgutbeutel haben wir auch. Mal gucken, was... Ja, ich guck gerade. Ich guck gerade. Saat ermöglicht den einfachen Transport von Samen zum Anpflanzen. Was kostet der? Ich will gucken, was der kostet. Nicht was... Oh, Lagerfeuer mit Kessel. Verschiedene Eintöpfe. Mhm. Ja, ja, dann machen wir den. Kupfererz und Rohstein. Das macht sie... Oh, Flotti. Herstellung zwei. Uh. Yeah. Ganz harte. Ach so, da war ja... Ja, ja, Zinnbahn. Ach. Na, dann hol ich nochmal Zinn. Ach, grüne Neune. Hm? Guck mal den Trescher an. Was der... Was der braucht. Hä? Zulis hinsetzen. Ach so, oh nee. Danke. Ich hoffe... So. Oh, nee. Doch, da steht fertig. Getreide. Das ist gut. Ein Weizen. Und aus dem Ding gibt's anscheinend Spro. Aber du musst mir mal... Baumstämme holen. Ja. Fürs Lager. Drei, drei, äh... Obwohl, warte mal. Jetzt könnten sich zwei ausgehen. Und du musst mal drei holen. Ich hol... Hol zwei. Dann haben wir das nächste Lager. Dürfte dann fertig sein. Oh. Oh, komm. Schau mal mal. Hm. Nehmen Inventar voll. Dass der das nicht von alleine da runter schiebt. Okay. Ah, da kommt er schon. Ich eile mit Weile. Mhm. Merkt man gar nicht. Okay. Fertig. Okay. Und du hängst dran. Brauchst nur ins Lager dann reingehen. So, was packen wir hier rein? Ausrüstung und Nahrung, oder? Ja. Okay, das heißt... Brauchst hier dann Nahrung jetzt aus, oder? Ausrüstung aus. Das heißt, wir werden das mal rüber transferieren. Händisch. Äh, ne, das war jetzt blöd. Ich zähle das auch mal. Also, das kann ich nicht mitnehmen. Eigentlich. Weißt du was? Ich glaube, die Pilze, die werde ich jetzt mal auf Röstung machen. Ja. Dafür haben wir es ja. Da geht was rauf. Bist du wahnsinnig. Hängt da jetzt überall was dran? Ja. Ich glaube. Wir könnten natürlich auch pennen gehen. Ich bin gerade am Leben holen. Ach so, passt schon. Unsere Fallen haben nämlich auch wieder Zeug. Diesmal sogar mit, mit Fleisch. Ersetze, kaputte Falle. Ernten 3. Ah, ich habe Pilze reingelegt. Okay, na gut. Ernten 3. Und so, da ist überall was. Okay. Uh, 4 Stunden Setting, Gesundheitsregeneration, Ausdauer. Oh, das bringt ja richtig was. Was denn? Die geräucherten Sachen. Nice. Das heißt, eigentlich keine schlechte Idee, Pilze zu sammeln. Ist ja schon wieder was fertig. Das ist auch noch nicht fertig. Eintöpfe sind nachher nämlich sicher auch gut. Ich habe ins Lange welche gepackt, ne? Oh, ein Kompass, tausend Mädel. So. Zwei Rohsteine, drei Rohsteine. Keine noch. Ist das echt noch nicht fertig? Nein. Dann nicht. So. Bist du im Lager? Nee, er war auf dem Weg dahin. Nee, ich meine hier bei uns im Dorf. Ach so, ja, ja. Paya machen? Gerne. Die gehören hier nicht rein. Was? Das gehört ja auch nicht rein. Oh, Getreide. Oh, Getreide. Ich habe da was hergestellt. Oh, so. Wir müssen erst fliegen, dann können wir gucken, ob man das pflanzen kann damit. Ja. Das ist ein Weizen, habe ich drei Getreide bekommen. Okay. Hörn, Ben. Ja, warte. Bin dabei. Das ist... Hä? Ja, wenn ich ins Haus reingehen könnte helfen, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020